Wie wäre es passend zum Kinostart in Frankreich von Suprem mit einer Blow-up-Folge über Rap? Denn der Rap hat eine enge Beziehung zum Film, sodass wir genug Material haben, um uns dem Thema zu widmen. Tief Luft holen, denn es gibt einiges zu sagen. Beginnen wir mit einem wegbereitenden Film. Wild Style, den Charlie Ahern Anfang der 80er Jahre dreht und der zahlreiche Elemente der Hip-Hop-Kultur schon fast dokumentarisch aufzeigt. Erst den Stadtteil, in diesem Fall die Bronx. Dann die Freude am Graffiti. Aber auch die Disco mit DJ am Plattenspieler, MC am Mikro und Tänzern auf der Tanzfläche. Auch andere Dokumentarfilme erwähnen den Einfluss von Rap und Hip-Hop. Zum Beispiel zeigt Michelle Gondry in Dave Chappelle's Block Party das mythische Konzert, das Dave Chappelle Mitte der 2000er Jahre in Brooklyn organisiert. Und bei dem zahlreiche Rapper auftreten. Wie zum Beispiel Mos Def, Kanye West, aber auch die Fugees, die für dieses Event wieder zusammengefunden haben. Was noch? Nun, diverse Filme zeigen den Schaffensweg von Ikonen der Rap-Szene. Angefangen natürlich bei 8 Mile, der vom Leben des Rappers Eminem inspiriert ist. Mit Eminem persönlich, hier in seinem Element vor dem Spiegel. Aber darauf kommen wir später zurück. Erwähnen wir außerdem Get Rich or Die Tryin', in dem es um 50 Cents Schicksal und seine Musik geht. Aber auch um seinen Gefängnisaufenthalt und den Mordversuch, den er wie durch ein Wunder überlebt. Erwähnen wir auch Notorious B.I.G., das Biopic über die Karriere des Rappers, der hier noch am Anfang ist und bereits einen unhaltbaren Flow drauf hat. Ansonsten werden im Film auch Rapperinnen gezeigt, vor allem in Roxanne Roxanne, der den Aufstieg der Rapperin Roxanne Shantae in den 80er Jahren nacherzählt, die hier von Shantae Adams dargestellt wird. Ein Paradebeispiel ist schliesslich der Film Straight Outta Compton, der die Geschichte der Band N.W.A. nacherzählt. Mit dieser Szene, in der alles im Do-Tos-Club beginnt. DJ Yella und Dr. Dre am Plattenspieler haben die Anweisung, keinen Rap zu spielen, setzen sich jedoch am Ende über das Verbot hinweg. Mit Ice Cube, der hier von O'Shea Jackson Jr. am Mikro verkörpert wird. Was noch? Nun, im Film geht es auch um fiktive Rapper, beispielsweise im Film Patty Cakes, Queen of Rap, in dem Danielle MacDonald eine junge Rapperin spielt, die vor allem bei diesem einleitenden Battle auf einem Parkplatz inspiriert ist. Ansonsten weniger aggressiv in Yves von Benoit Forjar, als William Lebguil seine Komposition in seinem ultraintelligenten Hightech-Kühlschrank präsentiert, der nichts durchgehen lässt. Vergessen wir nicht diesen Sonderfall zwischen Fiktion und Dokumentarfilm, I'm Still Here, in dem Casey Affleck Joaquin Phoenix Wandel zum Rapper begleitet. Dabei sind viele eher peinliche Konzertszenen und dieser surrealistische Moment. Joaquin Phoenix spielt seinen Demo-Track dem Rapper Puff Daddy vor, dem nach und nach die Gesichtszüge entgleiten. Und schließlich geht es in manchen Filmen um fiktive Rapper, aber in Form einer Parodie. Jedenfalls gilt das für Mikael Yun in Fatal als exzentrischer Rapper Fatal Bazooka. Was noch? Nun, einige Rapper haben selbst Filme gedreht, wie Abd al-Malik, Kala Benis La France, mit Marc Sangin als junger Rapper, der aus der Frosch-Perspektive übt. Aber da wäre auch in einem anderen Genre, Comment c'est loin von Aurel San, in dem der Rapper und sein Partner Grange innerhalb von 24 Stunden ein Lied komponieren müssen und die Arbeit aufschieben. Sie haben gesagt, was von allen gesprochen ist. Was von allen gesprochen ist? Du hast Blut? Du hast Weed? Ich schaue die Gifte, keine Räume, ich schaue die Gifte. Und vor allem in Coffee & Cigarettes, in dem Jizzer und Rizzer vom Wu-Tang-Clan eine ungewöhnliche Begegnung haben. Bei Jim Jarmusch & Rizzer müssen wir auch den ikonischen Soundtrack aus Ghost Dog erwähnen, den der Rapper komponierte. Der Beat geht einem ab dem Vorspann nicht mehr aus dem Kopf und wird im Abspann zusätzlich mit einem Flow unterlegt. Und dazwischen immer wieder Rap, der live im Park gehört wird. Was noch? Nun, ein weiterer Bereich der Beziehungen zwischen Rap und Film, nicht Filme über Rap, sondern Filme, in denen Rap-Lieder zitiert werden. Zitate voller Herausforderungen in der berühmten Eröffnungsszene von Do the Right Thing von Spike Lee mit dem Lied Fight the Power von Public Enemy, das einer Hymne gleicht. 1989, der Nummer, another summer, sound of a fucking drummer. Und noch ein Wutschrei. Ein Vergleich, der Spike wahrscheinlich nicht besonders gefallen würde. In Django Unchained von Quentin Tarantino wirkt Jamie Foxx zu einem Mash-up von James Brown und Tupac wild entschlossen. Also Zitate von Rappern als Bekräftigung einer Stimme und einer Identität. Wie kürzlich im Film von Ryan Coogler, Black Panther, mit dem Lied All the Stars von SZA und Kendrick Lamar. In diesem Sinne der Identitätsbehauptung und der Geschmäcker, die sich dem Mainstream widersetzen, gibt es zwei Szenen, die sich zu spiegeln scheinen. Im ersten Teil von Rush Hour lässt Chris Tucker Jackie Chan Can I Get Her von JC hören. Und in Stirb Langsam zwingt der Chauffeur Devereux White dem sichtlich wenig überzeugten Bruce Willis das Lied Christmas in Hollis von Run DMC auf. Ist das eine Christmas-Musik? Allerdings kann Rap Menschen auch zusammenbringen. Zum Beispiel in American Honey von Andrea Arnold, ein paar disorientierte Jugendliche, die auf einem Parkplatz gemeinsam Choices von E-40 anstimmen. Oder, und dieses Beispiel lieben wir besonders, am Ende von Fishtank, wieder von Andrea Arnold, eine Tochter und ihre Mutter, die für eine Choreografie zu Live the Bitch von Nas zusammenfinden. Was noch? Nun, Anfang der 90er Jahre beschreiben viele amerikanische Filme das Leben in armen Vierteln, vor allem in Los Angeles, und benutzen zahlreiche Rap-Zitate. Zum Beispiel in Boys in the Hood, Jungs im Viertel, dessen Höhepunkt der Auftritt von Ice Cube darstellt. Aber auch der berühmte Soundtrack How to Survive in South Central im Abspann. Und zwei Jahre später in Menace to Society, der im Stadtteil Watts spielt, sind auch allerhand Rapper zu sehen und zu hören. Beispielsweise MC8 mit dem genauso bekannten Lied Straight Up Menace, das wieder zum Abspann läuft. Das Leben in den Ghettos ist von allgegenwärtiger Gewalt geprägt. Und das schon ab der Schule, wie Dangerous Minds wilde Gedanken mit seiner Eröffnung zu Gangsters Paradise von Julio zeigt. Dann die diversen Handelsgeschäfte, die Abel Ferrara in King of New York beschreibt. Mit dieser illegalen Party, auf der Skoolie D. läuft. Oder in Colors von Dennis Hopper, als sich rivalisierende Gangs im Gefängnis zum gleichnamigen Lied von Ice-T gegenüberstehen. Das Leben im Gefängnis wird übrigens im Film oft von Rap begleitet. Jedenfalls in Ein Prophet von Jacques Odiyar, der Alltag von Taar Rahim mit Bridging the Gap von Nas. Wenn man dann noch den jungen Rapper dazunimmt, der in Magnolia gleich ins Polizeiauto steigt, und die Polizisten und der junge Rapper im Auto in Buck North, dann kann man sagen, dass jeder im Film Rap hört. Sogar Denzel Washington, der Ethan Hawke in Training Day, beeindruckt. Dr. Dre und Snoop Dogg. Sogar Jake Gyllenhaal als G.I. im Irak in Jarhead, Naughty by Nature. Sogar Pio Marmailly in Und sogar Mathieu Amaric, der Patienten aufheitert in Das Leben ist seltsam, zumalemal. Und sogar Tom Cruise, den Tropic Thunder nicht wiederzuerkennen ist zu Get Back von Ludacris. Und das alles hat uns mal wieder Lust auf ein Ranking gemacht. Deswegen geht es jetzt los. Volle Kraft voraus mit unserer traditionellen, völlig subjektiven Top 5 der besten Rap-Zitate der Filmgeschichte. Jedenfalls für uns. Unsere Nummer 5. Die Amerikaner hatten Wildstyle, Do the Right Thing und Boys in the Hood. Nun, die Franzosen hatten Hass von Mathieu Cassowicz mit einer Szene, die kultiger ist als alle anderen. Der DJ Cut-Killer bei der Arbeit. Meister des Plattenspielers, Meister der Vorstadt. Was ist das? 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 Was ist das?